ARD Text im Auftrag von Funk 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 Rikaru rufst mir mal bitte das Handy an. Gleich, chill kurz. Ich bin gerade mit einer Aufnahme in Rikos. Sag mal Rikaru, bist du nicht der Penis, der mir damals geraten hat, nach O2 zu wandern? Nein, ich habe nur gesagt, dass O2 damals Freikarten verteilt hat. Du bist echt so ein... Hey Mike, O2 verteilt Freikarten. Er selber ist bei E+. Wen ruf ich maximal an? Rikaru! Ja, es tut mir leid, aber... Oh, ich sterbe. Fuck, ich sterbe. Echt, dein fucking Ernst jetzt? Oh, das war knapp. Ich habe eine Ashe, ich habe eine AP Ashe. Ja, ich habe eine AP Ashe. Dein Ernst jetzt? Mein fucking Ernst. Was haben die gemacht? Oh mein Gott, Bumpy, die sind niemals Level 22, das sind alles Ultrasmurfs. Ehrlich so, das sind alles Challenger Smurfs hier. Zudem gegen Krieg zu kreisen, ne? Natürlich ist es Vampy. Fick dich, meine Minions! So Vampy, ich habe Level 2. Sollten Endrage gehen, oder? Ja, Vampy sollte Mike Killay machen. Also meine Support Masteries helfen mir auf jeden Fall. Ja. Bin ich gestorben, oder so? Das ist so hart mit Nautilus, ne? Vampy, bist du ready? Wenn du nichts Vernünftiges mit Nautilus hast, machst du keinen Damage, dann kommst du auch nichts. Tja, ich habe nochmal vernünftige Runen mitgenommen. Runen habe ich ja. Meisterschaften, sorry. Habt ihr das gesehen, meine Hauptzeit? Ich bin ausgewicht und Vampy wird getroffen. Das ist doch mal fair play. Hä? Ah, ich wurde erwischt. Sehr gut, jetzt habe ich eigentlich alles ready. Ja, die APS, Alter. Hat die jetzt echt? Die hat Heal? Wow. Das habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Ich glaube, diesmal schaffe ich den Wert-Buff. Oh, das ist aber auch knapp. Was war das denn hier? Weißt du, da hier mit? So ein geiler Spruch, ey. Ist top geworden. Ich habe gehört, ich soll mal Mitte Gänken kommen. Genau, komm, bitte Gänken, das ist der Ash. Ich habe gehört, du kannst nicht stun. Habe ich auch gehört. Dann mach mal. Los. Oh. Come back. Du bist tot. Hey, das wird heute nichts mehr, ich habe so viel Pech gerade, ne? Aber Tower-Diven auf Level 3, das gehört dazu. Ehrlich so. So spielt man heutzutage auf Diamond. Ich bin schon zweimal gestorben und die Gegner haben keinen einzigen Kilo davon. Wie ist das gerade so richtig bitter ist, mein Name, denn ich habe nichts davon, ihn zu treffen. Weil er einfach gehielt wird, wa? Ja, weil wenn ich jetzt ranbleiben würde, ich könnte, hat man hier kein Point of Return, das ist einfach der Arsch. Bekommst du einfach den Silence ins Gesicht gedrückt. Das ist das Silence of Doom. Allerdings kann ich hier so ein paar elegante Moves machen. Ich glaube, jetzt wird es fast. White So Diamond mit dem Mist. Also die APS, Achtung. Die hatten ordentlichen Bums auf dem Stunpfeil. Der kleine Gulensohn. Wow. Ich verziehe immer. Oh, ich gehe mal wieder. Na gucken, was kau ich denn? Was brauche ich denn? Okay. Habe ich mir das? Habe ich mir das? Ah, lieber zwei Worts. Ah, das soll ich erstmal reichen. Oh, ah. In der Mitte ist immer noch Mist. Da ist die Mitte wieder. Ja, sie ist reingelaufen. Ja, sie ist reingelaufen. Okay. Das geht hier schon wieder. Warum wollen die Leute mal sterben, wenn ich nicht gegen diehe? Tja, ich bin nicht so. Huih, huih, huih. So support war richtig. Getroffen, Ash. Sollte mal warden. Getroffen, Ash. Ah, hier ist gewordet. Das war wunderbar. Nicht getroffen, Ash. Wow, das sehe ich auch selten, dass der Soraka-Mans-Darkwals gilt. Und das ist die Level 14. Wer ist Level 14? Die Soraka. Ah, no. Da kommt der Melfiite. Oh, der hat mich gekontert. Das war's. Ich hab' Ulti. So, das ist am Abgehen. Guck mal, dass ich Soraka rauspicken kann. Muss der Gang gehen. Wo ich bin nur Level 14. Na, sagt mir nichts. War wohl gar nichts. als so da er mir ich hätte gern mit seinem richtigen das klappt nie so wie man es will abdich Das war mir so klar, das war mir so klar, dass er den Bomb-Beer vor einem Backpartner-Pinder will hier. Es sah richtig toll aus, stand da wie ein begossener Kudel. Wieso muss ich eigentlich Lee Sin spielen, ganz im Ernst, es gibt keinen schlechteren Kackchip auf dieser Erde. Hmm, Lee Sin nur. Oh, wenigstens ist das so. Du kannst nur auf eine andere Lane gehen, damit rumtrollen, das war's. Oh, okay, Ash hat keine Stunfalle mehr. So, jetzt gibt's Tryhard, ich hab nen Seelenstehler. Äh, Ash hat keinen Dings mehr. Keinen Teil. Weil ich hab nen Seelenstehler. Und? Geht's der Wab? Seelenstehler-Style. Wofa nen Seelenstehler-Style. Wompi, we got this. We got this, Wompi. Ich bin fast vollgekauft. Guck mal, hat den Rapper geschafft. Frisch geworden, gut. Nach dem Close nennt man das auch. Wompi, wer ist ready? So, hab ich mir das vorgestellt, ey. Da kommt Melfight. Good job. Wohin kommt denn der Melfight? Der war eben beim... da irgendwo. Okay. Und der kam in eure Richtung, aber... Ah, sie hat ja keinen Flash, oder? Doch, sie hat Flash. Schade. Warum hat sie's nicht geüßt? Weiß er nicht. Sind die Level 20 Plays? Level 14. Ah, Level 14. Sind die 22 Normalwins? Ich schau mir jetzt ihr Profil an. Von der Sohraka. Ja, weißt du was, Tower? Because fuck you, hä? Ah, ich glaub das einfach nicht. Boah, da kam Malfight. Ah, das war echt... das war echt die traurige Leistung von mir, meine Damen und Herren. Das war eine richtig traurige Leistung, ey. Das ist so die Scheiße. Wie schnell er den Wind hier kaputt geknackt hat, ey. So der Bastard, da war ich glaub das... nur droht jetzt hin. Oh, das ist wirklich osse!」 über ein Ergebnis. Aber legen wir doch das! Das wird vom BAN,oks$. Th!!! Hä? Da steht dann nach dem nessa Room Team. ab wie kaputt kreppel gerade ein ich hätte auch ein wort schon machen aber wenn man die liefern spiel damit denkt man da nicht dran oh ja ja block dich doch ein bisschen härter in die minions fest ließen das ist gut ohr das ist richtig mies weiter alter was war das ich war fünf stunden gestand von dem aber der schweil da oben ist jemand drinnen ich wie lange hält denn das dann von dem eschweil zwar mindestens aber gut super ich habe keine sister okay wir holen den wir wollen den oh man, this game so bad egal, ihr müsst das karen für mich erstmal übrigens sofort, ich hab kein Plan, was ich mache ich hab straight einen Plan, was ich kaufen will sollte reichen sollte reichen, die um alles wegzumachen du brauchst ja keinen Blue-Buff, na gut doch, ich brauch einen scheiß Blue aber ich brauch den auch ja, ist eigentlich egal nein, ich brauch den du bist eh kein Kack-Carry und Ricardo, soll ich hier mal Ash gangen? ich brauch genug, um irgendwas gangen zu können ich glaub, ich brauch einen Blue-Buff oh man, ey ich bin Supporter mit dem Herzen eines Jungen dann gib dem Mittlerner keinen nein, gib ihm nicht den nächsten bekommst du hm, Ricardo, soll ich mitte gangen? wenn du willst ok, dann mach ich hier nochmal so Raka kaputt und dann kommt bitte ok, dann spare ich mir jetzt Mana, weil ich habe kein Blue-Buff zum Spanchen Busch die eigentlich du hast keinen Blue-Buff bekommen? nein ich komme du bist dann verdammt ey, sie placed einfach nur in Worte bist du gator schade, ist ja kein Blue-Buff, sonst hättest du jetzt einen naja, aber diese Scheiß-Stangler, den Bumpi ich brauch wirklich noch ein Pack-Diesen, also du brauchst du was geben ich glaub so ein Berserker dann unbedingt den ich dann gerade so wegknackeln ey, das ist richtig nett von dir, danke oh ja Bumpi macht Damage, das ist wunderbar Bumpi 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 und hier schon wieder geworden ey kommst du Mitte klar? äh, naja, ich muss einfach back ich will mir Soraka holen, bist du dabei? plus minus Fragezeichen, okay, das ist super dann den wow der hat mich bestimmt, der hat mich bestimmt ge-one-shotted der AP-File, Alter ja, so huiui die haben mir einen dritten Leben gezogen ja, warte mal ab, wenn die erstmal AP hat, ja ey äh, drehe dich ab die sind doch pre-made, oder nicht? natürlich ich hab gehört, ich soll die Ash-Danken kommen, so macht man das ich bin erstmal aber kurz back ok dann komm ich mal Botlane ich glaub Botlane kannst du gerade nicht der Rassist das ist so ein richtig hinterhältiger ey, ist nicht unglaublich äh ja, natürlich, nicht pop-tunken Alter schütte dir den jetzt ohne mich mhm, schade, Wampi ich habe ja keinen Mahler für den Ult naja, doch gar keine Ult Wampi, hilf mir, Wampi ich mach dann Instant Ult, ne? ach komm was weißt du, dass hier hier hinkt? weißt du nicht? äh, nein, ich hab nur noch eine Hülse ähm, okay, geh da lieber weg ähm, okay, geh da lieber weg nein, warum? Riccardo, hilf mir! ja Riccardo, ab! hat er dann live oh Mensch Riccardo ich hab sie weg ich hab extra den Tower getankt ja, da war zu spät ich hab den die ganze Zeit getankt du hättest einfach reinlaufen müssen ich meinte auch danach ich hatte Angst entwickelt hm 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 das will scheiße ich bin so schlechter dieses Spiel das geht gar nicht ja, das wird ja, pass auf gleich mach ich die bigge Plays also gegen Soraka komm ich gut klar gegen die Level 13 Soraka hey, jeder hat mal angefangen oh man, richtig bell wann hast du eigentlich angefangen? hast du schon hast du eigentlich Season 1 gespielt? ja aber kein Ranked, oder? ähm ich glaub wir haben einmal also ganz dumm und trollig angefangen ja doch, wir haben Season 1 haben wir Ranked gespielt doch aber nicht oft immer nur ein paar Mal das heißt für dich auch 3er Team, oder? ähm, wer hat noch so gespielt? erinnere dich dran? 10-1 Wladimir, 11-1 Wladimir dann wurde ihm immer Wladimir weggepickt oder gebannt das hat mich dann übertrieben wo wir, wo wir, äh wo ich ja Momo gespielt hab und du Wlad ja wo wir, äh beide die übertrieben Imba-KD hatten und dann 2 Liva im Team ja, jedes Mal dasselbe Scheiß ja, äh, komm mehr, mehr Leute bitte also, uiuiui, das reicht noch nicht Fick dich Alter man muss da schon rauf springen wenn ich die ganze Zeit tanke ähm nein, er will aber nicht er will aber nicht er will aber nicht Flo, was macht eigentlich Wampi in meiner Mitte? ja, du hättest ihn nach oben geschockt ja, du hättest ihn nach oben geschockt ja, da hab ich ihn erschrocken meine Damen und Herren nun hat er nicht gerechnet ich auch nicht ich auch nicht ich auch nicht oh ja, da kommt Wampi, da kommt Wampi ja, jetzt, jetzt geht er rauf, ne? mhm oh, kein Mist oh, da kommt ne Ash die AP Ash das wär toll gewesen Wampi wär das, hätt das geklappt ok, das ist ne mana mune AP mana AT Ash so wie Genja so, dele oh, habt ihr nicht gewartet na du habt ihr nicht gewartet wie lange soll er warten? haha ich hab ruhig nicht Superfarben ich geh mal kurz Backwampi er hätte 20 Minuten warten so Hydra ist voll das Mega-Item, ey zeug dir gleich noch eins Sigi, ich komm grad richtig so mit Lisa in die Fahrt haha dann wollen wir ja keine Sorgen machen, dass ich gleich fliege er ist der Über-Carry gerade, also er macht alles Aufnahme aus? natürlich allein wie ich die Lane wegfarme richtig overpowered und ich möchte einfach mal betonen, wie oft unser Jungler ganken kann so komm mal her, komm mal her ja, ich komm, ich bin am Weg ich auch ich bin am Weg Flo, bin am Weg Alter, echt jetzt? ja toll ich geh da rein, ey wie kann man, ich helf dir, ich helf dir, ich geh verdammt ich bin am Weg Mann ey ich geh, warum bin ich da reingegangen, ey hast du gesehen, wie viel Hintis in der Lang geflogen? ja das war der mit die Wombo-Kombo Tja, also esch, ne? ich glaub das jetzt nicht ich wollte dem Wampi den Kill lassen, ich glaub das das passiert, wenn man nicht K-Essen will machen, das passiert, ganz genau das passiert, wenn man nicht K-Essen will hast du nicht, du hast mich doch gestern noch geflamed, dass ich die nicht genommen hab ja, ich dachte, Wampi kriegst du noch vor Schuhe ja, das hab ich auch gedacht bei dir und Wampi war nicht, ja und Wampi war nicht, ja ich, ich, Wampi war nicht in Gefahr, oh mein Gott ich glaube, jetzt ist deine Gefahr bye bye Renga auf jeden Fall tust du strong endlich, ne? hat er verdient was wir sind was sollen wir da machen ich will grab'n oh Fick dich er hat da Ulti gemacht ich hab Ulti gemacht ach so das ist vollkommen egal, mein Landteil, ich hab da Kampf-Ulti die ist jede Minute ready auch ohne cooldown reduction son jetzt mach doch mal was ja warum, ist das ein fucking Stein und? hast du Moos? wir haben kein Blood-Pokémon, das geht nicht ich hab Ulti ich würde sonst Ösi auf jemanden machen wen wollt ihr haben? Egal, immer diese Leute, die mich nerven, während ich ne Aufnahme mache immer das gleiche hui der Kackstein wie er mich hasst, der Kackstein der Kackstein mutiert noch zum Kackstein ja, der Kackstein ist so übertrieben tanky ah ich wär trotzdem graviert ja ja also die Wombo-Kombo-Ulti, Digga da kannst du nichts gegen machen okay, mein Landteil wie gott es oh man was machen sie sich? Free Dragon? was Free Dragon ist, hab ich nicht gehört was ich so zum Dragon hui ich kann ja wegsmipen hui hui ich hab sie weggebaitet ich komm jetzt mit, ne? ja, es ist mir klar, dass du mitkomm sag mir Fünferboots kaufen ich weiß nicht ich weiß halt nicht mal fahren ich kaufe mir Fünferboots da komm ich schneller von A nach B so ja oh schade ja, Riccardo, ja Ulti das hat er gewusst, er hat gekämmt der Wichser er wollte die Ulti rausbeheten no so Riccardo, bist du ready für Ash? äh, ja dann go go wow wow, heftiger Typ ja, da kommt der erste Room alter Fick dich halt weg das waren jetzt mal wieder Insekt-Moose also das hab ich mal wieder übertrieben gut gemacht aber da kam der Rest ach, den einen Criminion hab ich oh, ich geh weg da kommt der scheiß Stein schon wieder PANFAR, ich begrüßte sie PANFAR begrüße sie oh, so raktion so raktion so raktion ein Autos ist so schnell, ne? mit 5 Boop no und move-man-Sweet-Grinse ah, dann kein Wunder zu tun weil ich mal da habe, was für die Übung das erfordern muss wie das ich bewegen kann kleiner Basis schlug so raktion Alter, wie mehr? oh man ey ich bin sogar nicht so viel ich wollte grad Rangu attacken ich könnte den Stein zu uns gegen, aber ich glaube nicht hab irgendwie nix ja, er kriegt sogar keinen Schaden eh, der Level 14, oh, ich bin da mit 10 ich bin mal bang ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da come ja, was soll ich jetzt die große Art hier machen, ne? ich bin fucking leasen nicht kot ja, 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 ja ich glaube der Malfit ist so fucking tanky Warum eigentlich? Wahrscheinlich wegen seiner Wehner. Niemand, der Damage macht. Ja. Ja, also Malfi mache ich gar keinen Schaden. Wir haben keinen, der irgendwie Damage over time macht. Wir haben nur so Böster. Also. Also im Sinne von Prozent der Einschaden oder so, ne? Oh, leil. Oh, ich hole mein Hütchen. Ach, jetzt kommst du. Ich kann den Notfall weggehen. Alle laufen vor Malfi weg, Malfi ist so strong. Oh, 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 oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was soll ich denn hier her? Schön machen, oder? Wui! Man hat jetzt nicht gerechnet. Alter, der verfolgt mich einfach. Was soll denn der Scheiß? Komm her, ich gehe heim. Der Rest kommt auch noch. Also Malfi ist in die ohne Team. Der weiß, dass er uns nicht töten kann. Aber jetzt wird er auf einmal geslowed, eben nicht. Was soll ich denn zu sagen? Oh, ich glaube nicht. Siehst du, sagt ja, der ist in die ohne Team. Alter, was? Warum? Weiß nicht. Ich wollte... Verlieren gegen die AP-R-Schauce aus der Mitte. Was ich noch mal betonen und wiederholen. Woa, woa, wui, ja. Hada, roo, roo, roo. Bail, bail. Alles meins. So. Das macht auf jeden Fall Spaß, dieses Game. Ja, Siggy, ey. Das wird für eine übertrieben lange Runde. die Schnauhe das wird ich denke auch eine lange Runde die Frage ist wie wollen wir die beiden Daumen bekommen wie Malfall zum Beispiel keine Ahnung die macht es einfach hinterlässlichen Sneaky ja wir kaufen jetzt alle zu früh für Blade of the Room King und drücken einmal alle auf ja und dann stirbt er genau das könnte doch nicht der hätte bestimmt 20% verloren oder so im Frühjahr oh mein Gott das ging früher mal wo das Item noch neu war auf jeden Fall was? dass jemand richtig kaputt börsen kann damit wow der steht einfach da wie so eine Mauer ey und der hat sein Schild nicht mal weg ich geh mal pushen solange an der anderen Seite ja ich hab heute nicht kommen mit warum? bleibt beim Rest des Teams Leute jetzt lasst euch nicht ficken ich bin schnell genug nein wir doch nicht komm ich nicht ich kann so die ganze Zeit zurück die kommen alle runter habt ihr gesehen diesen Insect Move? lass uns pushen wir spielen jetzt hier wir spielen jetzt einfach wer kann wo am schnellsten pushen ja also wir haben jetzt jetzt gerade in der Mitte jetzt könnte er jetzt gerade in der Mitte pushen ja ich und er pushen push noch weil sie wollen unbedingt die Liesl haben weil sie wollen unbedingt die Liesl haben siehst du nicht? jetzt könnte er jetzt weiter pushen und die machen mehr und weil die Bot lane ne du machst jetzt weiter ja das war der kleine Huensohn da kommt er schon ok Malfi ist Bot dann können wir locker pushen ohne Malfi können die nichts ja ohne Malfi können sie nichts ne ich bin ein F**king von eC pellet das ist gefl discs not even close ja das war kein aggressiven action wie hast du das denn gemacht Oh mein Gott, da ist der Scheinstein schon wieder, ey, boah! Hier, hier, hier! Komm her! Bist du nicht? Nee, ich hab ihn alleine. Der Malfight kommt. Den bekommen wir bestimmt down. Tja, der Malfight mal war ich gewiesen. Push mal irgendwo. Na, Siggi, ich push grad mit dir. Ganz bestimmt bekommst du uns. Auf jeden Fall, oh. Ja, ganz bestimmt. Oh, da ist noch ein Soraka. Was machst du da? Das ist ein Sterben. Es sind da nur zwei? Ja, der Rest ist tot. Ich dachte nur Push-Bot. Ich will nämlich gerade Tower-Difen. Oh ja, für jeden. Was, der will dich Tower-Difen? Ja. Er ist strong. Alter. Pass auf, da kommt Ranga. Er denkt jetzt, er kriegt ihn. Ja, bekommt er doch auch. 320 Rüstung. Er bekommt ihn doch. Nein. Fast. Ich glaube, ich spiele gleich voll AP-Lisen. Er rennt einfach weg. Ohhhh. Der hat Insect-Moves. Bam! Der ist so stark. Bam! Nein! Let him close! Ah, der ließ immer wieder. Der carried das ganze Game. Ja, ja, ja. Klar. Der 9-2-Malfeater. Der 9-2-Malfeater. Der 9-2-Malfeater. Ich verpiss mich da. Also, ich könnte dich ja... Ne. Ne, also, sorry. Ne. Ich hoffe mal Rüstung. Okay, ja, wir müssen weiter dieses mit Pushen machen. Einer muss pushen. Ja, ich würde sagen, das ist wohl der... Mike! Von Ezreal und Mike. Warum Ezreal und Mike? Weil er jumpen kann und beide können jumpen. Die können einfach weg. Ja, aber was sollen wir in der Zeit machen? Wir werden doch sonst einfach zerstört. Na gut, dann muss halt einer von den beiden pushen. Was soll ich mir als nächstes holen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie ich eigentlich spiele den verkackten Action. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was hast du denn? Ich hab grad eine Übersetzung von Vömero. Beste Items? Ja. Vielleicht. Pull dir das Ward-Item. Dann kannst du die ganze Zeit hin und her jumpen. Und kannst Ward-Placen. Okay, ich darf mir auf gar keinen Fall das Ward-Item kaufen. Tank-Items... Vielleicht... Blades... Ja, Blade of the Roon King, hm? Hab mir aber Blade of the Roon King gekauft. Instant. Ja, okay, also ich push dann wieder und versuch die ganze Zeit Bot zu pushen. Ja, ich push auch, ne? Ja, das sollte... Ja, ich bleibe einfach bei uns am Rampi-Line. Das könnte aufgehen. Ich hoffe doch. Ich weiß sowieso, dass ich sterbe. Habe ich... Aaaaaahhhhhh! Ja, ist klar. Oh man. Bombo! Ah, da kam wieder die Bombo-Kombo. Ich würde sagen, Pentacle für uns. Oh fuck, ist er denn echt jetzt? sind nur zwei wir sind zu dritt ach mal wird es aber schon zu befehlern ich würde sagen das darf ich doch locker wir haben keine bei vier europäische der durchbruch lustig nur aber den kann jetzt vergessen aber wenn die so wo ist denn der Rest die waren alle bei uns da oben sind alle gerade gestorben das kann zurückgegangen sein dieses scheiß Ultis ey Malfit Ulti, Ash, Ulti, Asyl, Ulti immer gleichzeitig das haben die ja wohl auch geplant ne? ja natürlich aber es nervt ja weil sie mich damit immer ich bin instant tot alter der kleine bauer der kleine bauer der kleine bauer nix da da bin ich weg Soniku so vielleicht kriege ich hier einfach mal wieder in meinen jungle und farm ein bisschen ja das wird wieder ein stunden game meine Damen und Herren jedes mal ja hallo happy birthday verpiss dich ey ganz im ernst ich wusste dass er kommt meine Damen hin das war Instinct waa ich bin der einzige auf dem Botlaner-Boss waa es war Instinct kein logischer kein logischer Gedanke so bam oh gut dass ich keinen wo ich auch 100 fahren ich glaube ich sollte aufhören zu fahren 151 gg ich könnte Botlaner-Boss machen ok Leute ich war mir selber ging ich mach Botlaner-Boss ich mach Botlaner-Boss ich mach Botlaner-Boss ich mach Botlaner-Boss da lass uns aufgehen jetzt können wir gucken oh mein Gott jetzt push hart push hart push hart da kommt's net habt ihr alles auf dem Torlo Leute? ja 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 gut go push bumpi hau rauf Hydra besten Altern zum pushen meine Damen und Herren gibt nichts besseres ehrlich so tja wrong way motherfucker so macht man das so carried man mit Leezen so und nicht anders alter niemand bekommt den Tod doch ok mit vier Leute mit fünf Leuten smart haha hä 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 Ha hä 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 te szerant triple die Zufall das auch schon übermorgen um das ist schon nicht gekauft würde sagen ich hätte das gehen um 0 9 ich hoffe es noch auf die 0 11 eine Sorge ist das Gegner Team um ein Tierreich wenn ich das ist ja nicht mal voll um ein paar Prozent die die sollten die noch voll machen Karte hat sie dabei ist nicht immer mit Bombo Kombo richtig in den Arsch gibt ja warum schlöpste auch dann Leute ich hab mal dran gemacht ja gut so ich vor allem einfach mal top ich hab leider den Pinck nicht gesehen Leute tut mir leid du brauchst den echt Vampir bitteschön ja Muramana ne was soll Gemätskurven die haben nicht wirklich AD ne die haben Z ja Z und Ezra Ezra ja Z kann ich ernst nehmen und da ist falsch fast kein Damage wer hat er denn oh ja da ein paar Item hat er doch ein paar Items so Assist Gamble ich push mal weiter Botlane jo ja ich hab ihn ja ich hab ihn nananananananana ließen Leute sterbt jetzt da bitte nicht haben der erste Teil der Bombo Kombo oh jetzt werden alle gestr- oh leu oh leu jo jo der Ezra ist nicht mal ernst zu nehmen ne ich glaub ich lauf mal hier Flo kauf mal ein paar Orts hab keinen Platz ne stimmt zwei Felder Leute ich hab mir kurz mein Dicks holt ja good job der Rest pusht ich bin da ich mach mal seine Evita ja Bumpy kann def ich hab mal gesagt er soll sich im Watch ankaufen wo das war schlecht nicht so schlau Alter was sieht die mir für Damage ja der Malfight das sieht mir mehr als der Ezreal Halter der 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 die die knife haben aber ich nicht und ich sehe es sieht den ein Wuchs meine Damen und Herren darf er nicht hören und hier ich hab 4k Gold wir schauen aber so was soll ich kaufen keine Ahnung Merkst du was? Mein Namelein Ricardus ist der übelste Rassist vom Herrn, das ist ja gelaufen. Du musst jetzt immer noch den Wartstein kaufen. Was soll die denn? Weiß ich nicht, mal ein paar Warts placen. Ich weiß nicht. Wir gehen zu Mainstream. So. Okay, kappt mir mal ran, die uns oben kauft. Health, da ist er, der Wartstein. Da, da, der Rengar, der kauft Warts. Good job, Rengar. Ich hab mir einen Wartstein gekauft. Unser Nautilus kauft immer noch keine Warts. Ich will gehollert werden, Leute, ich hab einen Wartstein. Ja, dann kaufen wir jetzt auch mal Warts. Wenn alle Warts kaufen. Also, einen Wartstein als Strangler kann man auch machen. Ich hab mich als Nautilus, ich bitte dich. Na klar. Aua. Man darf doch kein Leben mehr dazu bekommen. Wollen wir jemanden töten? Wen fokussen wir denn? Äh, keine Ahnung. Leute, da werden wir mal kurz machen. Ja, die hast du... Eigentlich kann ich nur die Ash ulten. Ja, oder die Soraka. Lass dich wieder catchen, ey. Lass dich wieder brutal catchen, okay? Das wird heftig, das wird heftig, das wird heftig. Lass ihn kommen, just in time. Okay. Du kleiner Bauer, hä? Der große Bauer, hä? Okay, ich bin tot, Leute. Tötet mein Skel, der macht viel zu viel Damage. Bin auch tot. Jawoll. Mein Opfer hat's gewissen. Ich würde trotzdem sagen, ich hab das gecarried. Du. Ähm, Vampi, wir nehmen die Minions mit. Wir brauchen Minions. Finish den Scheiß. Aber immerhin kann ich denken. Finish den Scheiß. Ja, wir müssen ihn... Finish den Scheiß. Ganze Wärts, ey. Ja, bevor ich noch 0-11 komme, ne? Ich hab ihr... Ich hab ihr mein Bestes mit Leasing gegeben, an der Dame, ja. Wir mussten hier eine komplett alternative Taktik fahren, um dieses Spiel hier noch irgendwie rumzureißen. Wampi! Los, Wampi! Und wie noch Damage? Ja, easy, ne? Ja, easy! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ulti ins Gesicht. Ganz im Ernst, das war wirklich ein grotten einfacher Spiel, meine Damen und Herren. Wir brauchen Gegner, keine Opfer. Mal ganz im Ernst, huiuiuiui. Boah, war mal knapp, ey, ganz im Ernst. Okay. Das war mal den Team Pony Spy. Das war Lee Sin, der Kloputzer vom Dienst, die dritte. Der Kackspaten, der ich hasse Lee Sin. So. Ja. Und bis zum nächsten Teil. Ciao, ciao. BAMONT! Fick dich, Tio. Fick dich, Tio. Hu! Ja, und das war's mal wieder nicht mit dem Ende des Videos. Uiuiuiuiui. Ich häng hier noch so'n ganz kleines Bonus-Sequel hier mit dran. Uiuiuiui, ja. So bin ich zu euch, meine Damen und Herren. Ihr dürft noch meine Stimme ein bisschen weiter mitgenießen. Ich weiß, das liebt ihr alle. Und ja, ich hab hier ein besonderes Angebot für euch. Und zwar der XMG U702. Ist stark rabattiert worden. Und zwar von 18,41 auf 14,49. Also mit Windows 14,99. Ja. Wer hat kein Windows zuhause rumfliegen? Mal ganz im Ernst. Huuiuiuiui. Ja, das kostet ein DVD-Rolling und das war's. Auf jeden Fall. Der ist eigentlich recht Hammer. Und superschön rabattiert worden, wie ihr hier seht. Ähm, auch sehr, sehr günstig, finde ich, noch in der Monatsfinanzierung. Falls ihr mal neun braucht oder eure alte Schrottkiste einfach nur zu scheiße, einfach nur zu dumm zum Kacken ist. Also, das kenn ich selber. Also, ich hab damals auch unter schlechter Hardware sehr, sehr gelitten. Ähm, damit könnte es sich sogar euer Ping verbessern. Je nachdem, was für eine Schrottkiste ihr bisher hattet. Wenn ihr auch mal Interesse habt, mal vielleicht ein paar Videos aufzunehmen. Der ist dafür wunderbar geeignet. Äh, damit sollte man noch großartig alles dateln können. Ähm, wenn ihr Videos aufnehmen wollt, dann solltet ihr diese Festplatte mit reinbauen. Ähm, die mit 7200 Umbringungen. 5400 ist ein bisschen schlecht. Ähm, und wenn euch der gefällt, dann geht einfach zur Kasse. Und jetzt kommt ein besonderes, besonderes super Angebot hier von tbb noch. Äh, ja, ja, hab ich super gelesen. Weiter bestellt. Was ist? Huuiuiuiuiui, zeig ich euch das super Angebot. Und zwar, wenn ihr hier unter Anmerkung, ne, könnt ihr hier YouTube, bam, tbb, 2,5% reinschreiben. Und dann bekommt ihr tatsächlich sogar einen Rabatt von 2,5%. Das zählt sogar für jedes einzelne Schenker-Notebook, also hier von MySN. Äh, für jedes einzelne Notebook. Aber ich finde einfach nur ein Bombenangebot für uns. Also, dass wir für euch hier so hart kämpfen und dass ihr sogar Rabatte über uns bekommt. Also, ich finde das einfach nicht schlecht. Und ihr duftet sogar noch meine geniale Stimme hin. Also, wenn ihr euch entscheiden wollt, mal so einen geilen Laptop zu haben. Ich weiß nicht. Also, vorher habe ich auch nur PCs benutzt. Und, ähm, seitdem ich ein Laptop habe, ich will irgendwie nichts mehr anderes haben. Ich kann den überall mitnehmen. Wenn ich meine Oma besuche, endlich habe ich dann mal eine vernünftige Rotzgiste zum Daddeln. Das macht einfach nur Spaß. Okay. Das war's wieder von meiner Warte. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ba-bam und fick dich, Tio. Ciao. Ciao.